Du hast gewonnen, wie schön ist das denn? Gleich wissen wir, wer du bist. Und ich will jetzt von euch einen Namen hören. Mehr braucht ihr gar nicht mehr zu sagen. Es ist auch schon alles gesagt. Bitte? Marie Wegener. Marie Wegener, okay. Ich sage Sarah Lombardi. Sarah Lombardi. Ich bin auch bei Sarah Lombardi. Okay, zweimal Sarah Lombardi. Was sagt die Nation? Was sagt das ProSieben-Publikum über die App? Hier haben wir das Ergebnis. Sarah Lombardi auf 1. Marie Wegener auf 2. Mandy Caprisco auf 3. Helene Fischer auf 4. Geil. So. Jetzt darf ich den Tom bitten. Als Fauli. Oh. Weil gewonnen hat das Skelett. Und nicht der Prominente da drunter. Den erfahren wir gleich. Liebes Fauli. Jetzt. Wuh. 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 Da ist das Ding! Da ist das Ding! Einmal abstellen bitte, auf ins Schwerfeld, denn du brauchst deine Knochen, du brauchst deine Knochen jetzt! Liebe Skelett, lieber Gewinner dieser Mask-Singer-Staffel, bitte nimm deine Maske ab! Hey! 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 Oh! 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 Oh mein Gott! Ja! Ah! Es ist Sarah Lombardi! Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch! Sarah Lombardi ist das großartige Skelett! Nimm dir schnell! Ach, du hast ja ein Mikro! Du hast ja eins! Du brauchst ja keins! Herzlichen Glückwunsch! Und zwar völlig zu Recht! Du warst so großartig! So großartig! Ich liebe dich, Skeletti! Wie schön war das, solche Komplimente zu hören? Das war ja der Wahnsinn! Du wurdest abgefeiert vom ersten Song! Es war wirklich der Wahnsinn! Ich bin so unfassbar dankbar, dass ich hier auf dieser Bühne stehen durfte, dass ich zeigen durfte, was ich kann! Und danke für all eure schönen Worte! Die haben mich jedes Mal so berührt! Ich hatte immer Tränen in den Augen! Ihr konntet es nicht sehen! Wie süß! Dankeschön für alle, die für mich gestimmt haben! Danke einfach an alle, die hier mitgewirkt haben! Ich schrei wahrscheinlich gerade sehr viel zu hohen Tönen! Aber dankeschön! Ich bin so viel zu hohen Tönen! Hey! Sarah Lombardi ist das Skelett! Und Tom Beck hatte doch Recht! Da ist das Mikrofon! Und nicht rechts oder links, sondern da! Großartig! Jetzt nochmal! Ohne Skelett! Kein! Ohne Schädel! Einmal! Genieß es! Sarah Lombardi ist das Skelett! Du bist der Gewinner von Staffel 3. Danke schön. Du bist der Gewinner von mir, immer für die richtige Richtung. Aber dein Geist kam einfach in die Flamme, denn dein Geist hat mich auf den Schaden. Nach dem all den Steigen und Cheiden, du wahrscheinlich denkst, dass ich immer für dich immer für dich. Oh, nein. Oh, oh. Wenn es nicht für alles, was du versucht, ich will wissen, wie ich mich für dich verabschiede. Und ich will sagen, I can't say thank you, cause makes me that much stronger makes me a little bit harder makes me that much wiser thanks for making me fighter and move a little bit faster make my skin a little bit bigger makes me that much smarter thanks for making me fighter! Wuuuuh!!! Danke schön! Viel, viel Dank! Sarah Lobani ist das Skelett und hat diese Maxinger Staffel gewonnen. Vielen, vielen Dank. Danke euch allen. Ihr wart großartig.